Hallo und herzlich willkommen auf dem Stand von Morelo 2024 auf dem Caravan Salon 2024. Morelo präsentiert hier auch seine neuesten Fahrzeuge, die wir auch in einem ausführlichen Video euch nochmal näher bringen. Das ist ja hier nur so ein Quick Preview. Und wie gesagt, es gibt dieses Jahr auch Neuigkeiten hier bei Morelo, die wir aber an dieser Stelle noch nicht verraten möchten. Denn dafür ist ja das große Video dann noch gedacht. Aber ihr seht schon, hier ist einiges los an dem Stand. Und wie gesagt, da könnt ihr dann nochmal reinschauen in der Playlist Caravan Salon 2024. Da sind ja die ganzen Fahrzeuge drin und da haben wir auch den neuen Morelo dabei. Vielen Dank. Palace Liner, ein Riesenteil mit Auto hinten drin und fünf Jahren Garantie. Was will man noch? So, und da ist ja auch schon die liebe Marina. So, ich hoffe, es geht dann gleich los hier, oder? Ja, hoffe ich auch. Das sieht ja schon mal ganz gut aus.